6 zu 2, aber wie gesagt, über zweieinhalb Stunden hat es gedauert, sicher kein Vorteil für die an sich natürlich konditionell überragende Arantxa Sanchez-Vicca. Aber auch sie hat hart geantwortet. Titelbeteiligerin war Marie Pierce, die ist bereits ausgeschieben. Klasse Return hier von Monika Selles, Superwinkel. 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 Das war ein guter Ausflug, aber da war es auch gut. Sie tut mir leid, die Marlene. Feingärtner hat er jetzt auch... Could have been any number of years. Just for a moment to put it into perspective. Fein, return a serve for a winner. Der hat sie. Und das ist es. Alle Szenen, wie wir sie häufiger gesehen haben in diesem Match. Der Stop Ball nicht gut genug. Monika Seles kann ihn erlaufen. Zeigt sich stark. 19 Jahre alt, Monika Seles, was just born. Und noch ein Winner. Und noch ein Winner. Noch mal ein wunderschöner Ballwechsel. Und wer holt ihn? Ja. Noch mal ein wunderschöner Ballwechsel. Monika Seles. Die Leute. Das ist die richtige Spiel für Graf. Das ist die richtige Spiel, aber wir haben gesehen, diese Passung. Das ist die richtige Spiel. Seles hängt sich ein. Unerreichbar. 30 Euro. Wird geöffnet und großartig abgeschlossen. 05. 0-0. 05. 0-0. 0. 1-0. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 2-0 05. 05. Beide gehen sie auf die Linien und beide treffen sie diese. 05. 05. 15, 30 Your reach is restricted So she's hitting wide shots And making Monica struggle She's had over 20 aces This tournament Serving volley Save that point Send it to the International Tennis Hall of Fame Well done on the volley Good angle The ball's coming even harder than it really is Well listen for her Like that And of course Come on Oh no Applaus Well, that's that risk of running around the backhand. But Steffi really made the mistake of running around that backhand. She was out of the court. Monica had the whole court open. Sellis, you can get on top of you so early in place. Mary, this is Yo-Yo Stuff. Monica Sellis has Gabriella Sabatini on us. Hilton Head, she was up 5-2 in the tie break. Great return so early. She was up 5-2. So far, gives her game point. Game point. These quarters. I think it's there in plenty of time. Too many sets. We resume play at Deuce. Love 1. Second set. Go ahead. Oh. Und die mehr rein du hast, die höherer die Bounce. Die Bounce sind wirklich skidding. Monika hat das Schuss gut. Nicht die schnellste Bewegung. Sie sind sehr gut. 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 Autority hits so early and so flat, so she keeps her opponents on their heels. � � � Kluft � Ugh 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 We keep talking about it, but it is a major game. ...we keep talking about it. ...we keep talking about it, but it is a major game. Really wants this title. ...oh! ...oh! ...what? ...sirvice breaks. ... ... ... ... ... ... ... ... das war die I-M-I-G... ... wieder zu Hause. ... das war's. 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 Ja, ich bin der Fall. So Sellitz überlebt die breit point. Das ist die 10e breit point für Groff. Sie hat drei convertiert. Oh! Painted die Lime! Nice return. Das war gut. 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 Das war gut.